Die meisten Zwielfragen haben ja einen Text, manche ist ja auch vorkablet, aber das wurscht, der Text sagt den Tag weg voraus, also da hörst du die neue Bilder aus, wenn du es genau wie hörst. Und darum finde ich das manchmal wichtig, dass man bei verschiedenen Zwielfragen die erste Strophe vorher singt, dann weiß man, aha, dann hört man schon einmal den Tag weg voraus. Und das ist nämlich auch wichtig. Und dann hol man rein. Wir wollen nicht, dass wir jetzt den ganzen Stropen singen. Manchmal haben wir auch Zwielfache und Furtbautext. Aber er sagt halt, und das ist der Sinn, er sagt halt zum Beispiel den Schildwechsel. das ist wer. So ein Blender das Schafiselstuhl ist für mich ein Blender, der Tski im selben Alter. Der geht bald so, ich sing wirklich jetzt einfach, Schafiselstuhl, Schafiselstuhl, Bricklad, 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 Schafiselstuhl, Schafiselstuhl, Bricklad. Brichlad, wiederholen. Brichlad, 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 Brichad, Brichlad, 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 Though wiederholen. Ich muss mir nichts Clausus verstehen. Ist das für ein 20 vom Text? Den sollst du nun am Ehreない. Denkt euch, wenn es noch so schürf ist, das ist wurscht, wenn es auch meint, dann könnt es eh singen. Probiert es, singt einfach kräftig mit. Also, traut euch einfach. Wie gesagt, das soll nicht in Präsension gehen, sondern es geht um einen Spaß, um einen Gaudium zu machen. So wie es halt früher war, wenn es sich drauf war. Fangen wir mal an. Musik 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 Musik